Er hat es anscheinend eilig Hm, Granat reinwerfen hat es jetzt nicht gebracht So, der ist weg Mann, ich sagte nur, du bist weg Komm her So, ähm, mal überlegen Wir müssen jetzt hier nochmal kurz Ja, bingo Zwei Maustaste zu 2 Äh, ich will den doch kaputt machen Na gut Dann hauen wir ab Oder? Also Wo muss ich jetzt überhaupt langen? Also das Ding muss ich in die Luft jagen Und dann muss ich wohin? Also ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ich abhauen kann Da kann ich abhauen Gut Äh Naja, damit es schön aussieht Ja, erstmal durchs Fenster geworfen Schön Gut Dann, äh, einmal kurz Panzermodus Hat's das nicht ge... Ich hab das hier viel platziert und der PC geht nicht kaputt Ja, aber natürlich nimmt Waffe, ne? Das ist Nummer 1 Wenn Sie in den Labor im Lagerhaus Erledigen Sie ihn Verstandsverlust Die Frisse Können wir das auftreten? Ich sagte, wir müssen es kaputt machen Oh Okay, wo kann ich hin? Nyeh Okay, ähm Das ist jetzt nicht die beste Deckung hier Kann ich da durch? Höh! Scheiße Wie komm ich hier raus? Hier muss ich irgendwie rauskommen, oder? Ah, natürlich Bis sie geht dem, bis sie geht dem Halt die Fresse Scheiß Monosea, Alter Ich hab jetzt den Fehl gelegt Was dachtest du denn? So, mal schauen Wollt ihr mich verarschen? Wo kommt ihr denn hier? So, jetzt haben wir hier keine Munition Ja, also rauskommen Sieht schlecht aus Oh, oh Ja, also Ich will ja nichts sagen, ne? Aber Äh, heh Wie komm ich hier raus? Komm ich hier raus? Fresse So, wechsel mal kurz die Waffe hier Zack So, einmal hier R drücken Nachladen Es gibt ein Schalldämpfer für Schrotflinten Ernsthaft? Geil! Ist ja epic Okay, Schalldämpfer für Schrotflinten gibt es anscheinend wirklich Na ja, gut Da ist schon wieder dieser behinderte Luftschrauber Stirb doch endlich Äh, ja Dankeschön Ist mir auch schon aufgefallen So, jetzt einmal hier Wechseln Können wir hier noch Ah, das Ding ist aufgeladen Hier ist, äh Reflex Marschall Ihhh, nee Den werde ich aber nicht benutzen Naja, gut Verschwenden wir noch etwas Munition Und, bumm Bumm Zack, zack Okay, also ich glaube Ich hau da lieber auf Das ist wohl die beste Möglichkeit Aber ich will hier doch durch Exit raus Mann, oh Halt die Fresse Ja, ja Ja, ja Ja, dem wird Ich glaube, das hat jetzt nicht so gut funktioniert So, jetzt nehmen wir mal das hier Ding nochmal auf Oh nein Ja, passiert Ist normal heutzutage So, jetzt nehmen wir mal diese Waffe hier nochmal Ich hau den Scheiß Nö Komm ich hier echt nicht durch? Oh nein Also ich glaube, das wird hier nichts mehr Also hier raus komme ich nicht Ich weiß auch nicht, wo ich rauskomme Infiltrieren sie das Lager aus Besiegendes Ach, ich soll den ganz besiegen Nööööööööööö Wiemööööööööööööch Ich glaube, den massiv ausstage wirklich besiegen. Nicht einfach nur so Fischiwaschi hier. Ich bin heute echt nicht gerade der richtige Ansprechpartner dafür. Warte mal kurz. So. Das haben wir jetzt. Dass die das nicht werben. So, und jetzt aber. Halt die Fresse. So, jetzt haben wir die erstmal erledigt. Raus da, Mann. Die Dreckskerle bomben sie aus dem Grund des Flusses. Boah. Wie ist es? Ja, wie komme ich denn jetzt raus? Wo gibt's das denn? Ist das euer Ernst? Och man, ey, Leute. Ich will hier doch nur raus. Ich bin zu dumm dafür, etwas hier raus zu kommen. Oh, halt die Fresse. Du auch. Och, kommt schon. Mello, ich will hier jetzt wirklich raus. Ich komme hier echt nicht weiter. Wenigstens haben wir jetzt noch diesen hässlichen Hubschrauber. Aber diese hässlichen Typen belagern uns die ganze Zeit. Ist das normal, dass ich hier nicht rauskomme? Ich bin zu doof dafür. Das weiß ich jetzt schon. Ich bin zu doof, dass ich hier nicht rauskomme. Mann, ey. Das regt mich jetzt richtig auf. Ihr scheißverfekten Dreckssiecke. Komm her. So, jetzt hier aber. Jetzt machen wir hier aber die Hölle heiß. Ich will jetzt durch hier raus. Ich will so. Verpiss dich aus meinem Revier. Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Oder komme ich an so einem... Nein. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ich muss hier wirklich raus. Das ist wirklich hier... Das ist hier immer wieder hochkommend. Ist das euer Ernst? Ich muss hier nicht mehr auf dem Schiff gehen. Das ist wichtig. Ich will sie nicht mehr auf dem Schiff. Verweigerung, sie werden ihn erledigen. Scheiße, wir gehen los. 1 zu 1 geht runter. Oh, war doch nicht gescriptet. Ich meine, war doch gescriptet. Ich meine, ach egal. So. So, jetzt gehen wir auf den Panzermodus hier wieder raus. Oh Mann. Zurück. Sie leben. Ach Gott sei Dank. Ich nenne jetzt Koordinaten an den Anzug. Ich muss nicht bleiben. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Griner erzeugt, das ich bei meiner Kündigung getroffen habe. Das ist nicht so leicht zu erzeugen. Das ist nicht so leicht zu erzeugen. Aber es muss reichen. Menno, nimm so ein Ding offen. Ihr habt alles kaputt gemacht, die Arschlöcke. Und die schweben hier unmütlich. Mann, warum muss ich hier spielen und ihr schwebt? Das ist unfair. Mann. So, hier, einmal hier. Geh! Ich will diese Waffe nicht. So. Jetzt nehmen wir die Jogline auf. Und, äh, die Waffe haben wir. Und die Waffe haben wir. Und jetzt können wir weitermachen. Wobei, wir können jetzt normalerweise eine Mission aufnehmen. So, und jetzt hauen wir ab. Okay, wo können wir abhauen? Kommen wir hier durch? Ist hier was? Bringt es was? Es ist direkt hinter der Flutbarriere. Na los, Mann! Ja, ja. Gefahr. Schöner Hubschrauber, muss ich sagen. Unglaublich. Ist ja heftig. Kommen wir hier durch. Ich will hier durch. Ich will hier raus. Ich will hier so noch nicht mal sein. Übrigens, wir haben, äh, zwei Folgen übersprungen. Eine Folge übersprungen. Wir haben uns jetzt so 25 Minuten aufgenommen. Deswegen gab es letzte Folge anscheinend kein Intro. Ja, äh, ich, ähm, beende das jetzt mal hier kurz. Äh, und, äh, machen wir eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns, äh, morgen wieder mit einem weiteren Amazing, Exciting, X-Play, äh, Let's Play und nicht X-Play und, äh, ja, dann so weiter und so fort, ne? Tschüss!